ja hallo heute bin ich grobe richtung tenosee unterwegs am gardasee ja wie man sieht ist das wetter nicht ganz so prickelnd ganz so toll aber angenehm zum radfahren ich hoffe damit es von der bildqualität einigermaßen hinhaut mit der gopro aber ich freue mich jetzt erstmal geht es erstmal hier hoch schön locker geile landschaft wie gesagt da kann man es aushalten hier hoch zu fahren spaßdreh am dos delacros schauen wir mal so 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 verkehrt gefahren, verkehrt gefahren, auch nicht schlecht hier, kann man sich auch mal merken. da gibt es doch keinen, tausend von Wegen hier doch, jetzt bin ich richtig boah so 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 ok mit dem laub und den sausteil hier das ist jetzt hier nichts mehr für mich wow das ist jetzt hier so 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 Ja! sieht man überhaupt noch was hier? boah ist das dunkel alter Schalter, komm mal rüber von hier also wenn ihr trail spaß haben wollt dann müsst ihr da hochfahren und da gibt es so viele geile trails runter leckt mich am arsch also das hat mich schon muss ich sagen ein bisschen überfordert aber ich werde auf jeden fall noch mal herkommen also das ist wirklich erste sahne aber auch stockdunkel da oben ich hoffe damit die aufnahmen einigermaßen was geworden sind damit man auch was sieht aber junge junge also super steil super viel spitzkern also richtig richtig technisch saugeil nur zu empfehlen